Ich bin der Dennis Kehle, ebenfalls aus Ostforsfelde, vom Landkreis Wolfsburg. Mich hat das Internet überhaupt nicht. Es bringt mir gar nichts. Warum bringt dir das nichts? Weil man alles, was man im Internet machen kann, auch so machen könnte. Hast du ein Beispiel? Zum Beispiel Einkauf. Einkauf kann man auch im Geschäft gehen. Dafür braucht man kein Internet.